Liebe Damen und Herren, auch das zweite Video, das Entschuldigungsvideo haben wir uns gerade gegeben, also ja, ich habe leider keine Reaktion gemacht, ist ja auch egal, können wir ja mal einen extra Tag uns dafür Zeit nehmen, irgendwie, wir waren natürlich, auch wenn wir jetzt ein bisschen lächeln, aber wir waren natürlich sehr emotional mitgerissen. Ja, muss man sagen, weil das Ding war einfach, man hat ihn zwar noch die ersten Minuten verstanden, aber dann in den nächsten Minuten wieder nicht mehr, weil er es, glaube ich, so gestottert war und ja, fast geweint, also man merkt, er meint es ernst, also Niklas ist okay, du brauchst ihn jetzt nicht weiter schreiben. Für mich ist das Ding jetzt ja erstmal gegessen, sozusagen, mit diesem Video, ja, ich habe mich auch ein bisschen amüsiert, aber mein Gott, ja, nur nächstes Mal einfach nicht so ein Video machen, ja, also. Also, es gibt eine Folge 2, 3, 4, 5, 6, also von diesen Abos, Dinger und dass er hier erwähnt wurde, als allererstes ist ja wohl logisch. Naja. Und ja, macht doch mal ein bisschen Eigenwerbung so nebenbei, also, Leidens Fazit noch kurz davor. Naja, also erstmal ja, wie gesagt, so eine Aktionen sind nicht cool. Auch nicht cool von uns, dass wir jetzt darüber Videos machen, aber ist egal. Ja, wir haben einfach nur darauf reagiert, dann noch, ne, auf so eine uncool Reaktion von ihm, sag ich mal. Ja. Ähm, ja, falls ihr ein bisschen Battlefield 5 Gameplay sehen wollt, dann müsst ihr einfach mal meinen Kanal abonnieren hier, Kapelusemmel heiß ich. Kapelusemmel. Ja, bester Name ever. Und, aber ihr findet ihr auch hier bei Johnny verlinkt. Genau. Und, ja. Sonst, 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 sonst Hashtag Ehrenlos, ne, ihr wisst ja Bescheid. Ja, richtig. Und D-Abo, ihr wisst ja, wie man Videos gegen mich macht und D-Abo. Oder Hashtag einfach Überehre. Zu viel Ehre. Genau, zu viel Ehre. Ja. Und, ja, ich denke mal, da werden demnächst auch ein paar Gameplay-Videos von John und mir zusammen. Oh, oh. So ein bisschen spoilern so. Definitiv. Ja, wenn ein komischer Update hier runtergeladen ist und was auch immer. Zwölf Stunden. Zwölf Stunden? Zwölf Stunden. Schöne Leitung? Ja. Ja, schöne Leitung. Bambusleitung. Richtig. Wegen meinem Bambusarm. Oh ja. Also, ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und, ähm. Ich danke dir. John H. Ich danke dir. Alex Kraschalk. Ähm. Ja. Okay, ja. Keine Namen. Ne, habt ihr nicht gehört. Ne. Na denn. Geht schönfläßig zur Schule, ne? Dann ändert sich vielleicht auch was am Satzbauen alles. Sag ich mal. Ja. Schönen Abend noch. Schönen Abend dir auch noch, Marc. Wir sehen uns. Ciao. Das civile. Boi. Ja.